sind wir die einzigen die hier noch leben pass uns auf hier kommt auch schon wieder so einer gut wir sind auch die bestausgerissen von allen und kriegen kaum was ab aber ja aber meine pfeile gehen langsam zu neiger ich kann was geben ich habe mein bogen ist unendlich das ist was was ist das keine ahnung haben sie noch ich habe alle tränke weg ich habe gar nichts mehr können sie dann bitte die magneten ausmachen dann kann tobias mir was zu werfen ja er kann machen achtung ja magischer knallkopf das ist ein stück normaler das soll ich nicht so haben es geht nur darum ich habe den angemacht damit hier keiner die schwarzen bücher einsammelt ach so die schwarzen bücher aber der rest nicht das ist scheiße das ist scheiße ich habe wirklich alles abgeraden Vielleicht sollten wir die Leute mal formieren und dann immer auf einen Punkt gehen. Wir müssen erstmal hier oben alles sicher machen. Und danach sollten wir sie besiegt haben. Kann man die Risse abschießen? Nein, Mist. Aber da gibt es nur dieses eine und dafür brauche ich Spaß und Spaß habe ich nicht. Also wir müssen auf jeden Fall die Pflanzen und diese Portale zerstören. Da vorne erstmal aufs Portal und dann da runter. Ja, ich wollte noch mal gucken. Ui! Oh! 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 Vorsicht! Oh! 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 Die Risse sind geplatzt! Boah, ne. Wieder auf die andere Seite? Ja, ich hab auch keine Pfeile mehr. Wir müssen zwei Ausrüstern, eindeutig. Der nächste Baum brennt. Herrgott, das schaffen wir doch nie. Ich kann noch Heilung holen beim Haus. Können wir Waffen von denen bekommen? Nein. Die benutzen nur Magie, oder? Ja. Und die schießen sie sozusagen auch nur auf ihren Händen. Ich hab nur... Ich weiß, wir verstehen kein Wort hier, Tobias. Ja, das ist schlimm. Ich könnte was versuchen. Ich habe ein neues Experiment gewagt. Explosive Pfeile. Vielleicht könnte man da etwas mehr mit anrichten. Ja, das ist vielleicht riskant. Ja, riskant ist er nicht. Hauptsache das Zeug hier. Die Bedrohung wird weg geschafft. Aber diese kurrischen Dinger hat irgendwo eindeutig meine Warnung. Muss ich nur sehen. Ui. 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 Keine Luft. Ui. Da ist das Portal. Ui. 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 Beitrag in der Server. Warte. Ich weiß nicht. Und mich manufacturer zugekommen. Ich weiß nicht, dass ich mich kundin fang. Ich weiß nicht, dass ich mich kundin fange. Aber ich weiß nicht, dass ich mich nicht machen kann. Der ist einfach nicht irgendein Weise. Ah Okay, hier ist ein Baum Mein Weg nach unten existiert noch, sollen wir die anderen versammeln? Äh, ja Weil oben ist glaube ich das meiste weg Hoffentlich Der ist weg Wir müssen hinterher auf jeden Fall Maßnahmen treffen Damit das nie wieder passiert so was Das kann ja auch in unserer Stelle passieren Das müssen wir auf jeden Fall Aber ich glaube die Bauern sind in der zweite Maßnahme Erstmal Was war's da unten? Sollten wir... Oh Gott Ähm, wie wär's wenn wir den Weg nach unten benutzen? Wo ist er dann? Oh man Herr Tobias gehen sie vor, los! Nein, hui hui Der schluckt aber ganz schön Laut wie kurz ist das... Ah Ah Oh, was ist hier unten? Oh Gott Aua Was ist das denn für eine Suche? Da ist glaube ich irgend so ein Typ Und der sieht ziemlich robust aus Ich greif diesen Typen da an Nur so zu den Punkt Scheinbar sind die nämlich ziemlich unfähig durch... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja Brauchen Sie Hilfe Herr Eich? Ja Dann wird jetzt ganz interessant Ja Ja Geh doch ein bisschen Auslauverhalt, Frau Schaden Dann kriegst du keinen Wasserschaden Interessant Ich hab jeden Fall keinen Wasserschaden Was ist das denn? Wir müssten auf jeden Fall erstmal die Tentakel irgendwie zerstören. Es gab ja Schaden von etwas, aber ich weiß nicht von was, aber jetzt klingt er auch nicht. Melvin? Hm. Magst du für den Zufall nicht in der Hand und in der Blätter? Ja. Ich meine mal, irgendwie das. Na so. Na gut, ich habe eine von zu Hause, deswegen. Bei mir hier fliegt eine unten rum. Kann die jemand aussammeln? Danke. Danke. Herr Ben, haben Sie noch so einen Toten? Ich bin gerade gestorben. Und ich sterbe jetzt wieder, weil ich... Jetzt nicht mehr. Aber ich bin gerade gestorben, ich habe gar nichts mehr. Ausgemene Schuhe. Scheiße. Ähm. Was ist das? Was ist das da drüben? Was denn? Dieses... Das ist doch so eine Knallkurke. Ja, die wurde verseucht. Und da vorne ist nur so viel. Ja, die explodieren schneller. Ja! Kai, geht's ihm gut? Kommt hier zu mir, hier zu mir. Kai, kommt hier zu mir. Ja, Kai. Ja, Kai. Ja, Kai. Okay, der eine ist weg. Ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Zeit. Wo ist es? In meinem Thun. In meinem Thun könnte Essen sein. Man kann so ein Essen, darf sich jeder auf jeden Fall zu essen bringen. Ich brauche hauptsächlich Pfeile. Ja, ich brauche erst mal mehr Zeug wieder. Hat jemand die Bolzen von denen geöffnet? Ich habe das Geld klären gehört. Lass es sein. Die können auch schwarz machen, wie versorgt sein. Genau, das macht niemand auf. Das wird alles erst mal gesammelt beim Stadtherrn. Der Stadtherr macht es auch nicht auf. Das macht am besten wieder übernommen. Ich glaube, das war Olaf. Olaf hat die aufgemacht. Olaf hat die aufgemacht. Olaf hat die aufgemacht. Ja, Olaf, lass dich da. Scheiße. Ja, mach noch so. So, wieder keine Pfeile. Ja, du bist... du hast... du hast... sorry. Du weißt doch gar nicht. Aber, ähm... Herr... Herr Eif, wenn Sie kurz den Makiertchen rausschalten, dann könnte ich mein Zeug wieder nehmen. Sie können! Äh, Herr Olaf, können Sie so ein Zeug untergehen? Ja, woher hin? Warte, nehm... Kampapo. Blähmchen hier. So, ich hoffe, ich habe alles eingesammelt. Was ist mein Zeug? Ja, das ist meins Zeug. Das wäre... muss... Irgendwer vielleicht... Oh Gott, wie du halt diese kleinen Schmiedeldinger. Äh, können Sie das hier zubauen, dann kann ich mein Zeug einsammeln. Herr Eif, können Sie, äh, Ihren Magnetring ausmachen? Ich sneake, Sie können. Wir schauen nicht mehr zu meinen Platten. Wir müssen diesen Magier da hinten besiegen. Ich habe übrigens Essen für alle mitgebracht. Brauche ich irgendwas? Ja, ich brauche... Ja, brauche ich. Ich brauche eher so ein Totem. Ja, ich habe da auch keines mehr, aber ich komme klar. Ich habe kein Totem, aber ich habe auch keine Gold-App mehr. Ich habe keinen... Sie haben mein Zeug wieder eingesammelt. Ja, brauchen Sie... Ist da vorhin jetzt irgendwas Wichtiges dabei, was Sie brauchen? Ich... was ist denn dabei? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Burger. Den habe ich... Oh, ne, das war jetzt wichtig, was Sie eingesammelt haben. Ich habe irgendwie... Deswegen ist das einfach da in die Kiste. Äh, hinter Ihnen ist Ihre... Ihre... Dings... Äh, das sind die Laderkiste von denen. Da packen die... Zum Beispiel nach Realien rein. Achso. Aber ich habe gerade viel Gold bekommen. Das kann die Schmiede gerne benutzen. Vorsicht, Schwiebel! Oh. Ist tot. Da oben ist irgendwas. Da oben ist irgendwas. Da oben ist irgendwas. Wo sind die?! Wo sind die? Da oben ist irgendwas. Egal. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Ja, da unten steckt jemand fest. Dann fallen sie aber nicht ganz da rein. Wir sind sie gefangen. Ich hab doch Blöcke zum hochbauen. Da ist der Boss. Keiner. Nee. Ist doch der andere. Ja, was sagt man dazu? Gut Folgen verballert hierfür. Ich muss mich noch mal entschuldigen für die vereinzelten Legs, aber ich glaube das war hier doch ein bisschen zu heftig. Zum Glück hab ich ein Backup der Welt gemacht. Und die werde ich dann natürlich drauf ziehen. Haben wir jetzt alles vernichtet hier. Au. Das nehme ich mit. So, das ist das Zeug, was hier alles aufgetaucht ist von den. Ja. Herr Ben, Herr Olaf, nehmen Sie das bitte an sich und bringen Sie das erstmal in Stadtherrenhaus. Ich nehme das an mich. Beziehungsweise, beziehungsweise, Herr Ben, Herr Ben und Herr Olaf, Sie wissen ja von meinem Keller, bringen Sie das bitte erstmal alles da runter. Da ist es auf jeden Fall sicher. In der untersten Kiste ist nichts, was wir bekommen haben. Hä? Wo ist es denn alles? Das habe ich schon alles im Inventar. Gut. Gut. Das Ding hier abzubauen. Da sind noch Rüstungen drin. Die ist nichts drin. Gut. Das Ding hier aborte ich den. Und das ist nichts drin. Wir bellybauen. Fangen dealer nach dem. Vielen Dank.